Hi und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4. Wir haben sie hier jetzt ein Nickerchen machen lassen. Ja, ich denke mal, ihr geht es jetzt eigentlich ganz gut. Dann kann sie das gleich einreichen. Sie möchte etwas trinken. Komm, das machen wir auch mal. Ein salziges Lama. Okay, und sie soll sich eh anfreunden. Okay, was wir da reintun. Äh, die Weintraube. Mit anderen Kindern anfreunden. Ja, das geht jetzt hier nicht. Wir sehen hier keine Kinder. Sie möchte wahrscheinlich einfach tanzen. Sie auch? Nein. Wir wollen auch eher was trinken. Mit Eva plaudern. Ach, wir wollten noch Trinkgeld verdienen, ne? Warte, das können wir mal machen. Guck mal hier. Lied spielen, geschrieben, Lost Sunset. So. Das ist so schön. Ich guck mal, wie die anspaziert kommen. Hey, hey. Da fängt mir direkt was rein. Hör mal. Ah, das haben wir schon erledigt. Oh, da ist ein Kind. Efi, oh. Nein, 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 nicht zurück nach Hause. Warte mal. Müsste ich vorstellen. Wir gucken mal, ob wir das Kind kennenlernen können. So, wir sind fertig. Mit Lost Sunset. Wir möchten noch mehr Trinkgeld. Oh, nee. Tantien mit Lizenzierung von Liedern. Wir können aber trotzdem noch ein bisschen weiterspielen, finde ich. Wir möchten mal jammen. Tantien hat heute 248 Simoniens nach Hause gebracht. Außerdem hat er großartige Arbeit geleistet. Ist sie schwanger? Oh, guck mal. Ami ist schwanger. Oh. Okay. Sinishe? Hishina slonka. Homo. Sykophob? Uh-uh. Wana fashlika. Yano vor. Greenim. Gungaday, Yawada. Gano exa flan. Ah, okay. Ja, das scheint ein bisschen was einzubringen. Ja, schade, das mit dem Kuchen. Ich hätte wirklich gerne da unseren Kuchen reingeschmissen. Ja, ich hatte die Kuchen reingeschmissen. Was ist hier? Ja, ich hatte den Kuchen reingeschmissen. Schwamisch, Gorsai, Flazl, Yawad. Sie möchten sich waschen. Sie wollen zu der Musik-Tanz und das können wir machen. Und langsam pieseln, wissen wir. Kannst du nicht irgendwie die Hände waschen, so zwei, dreimal? Hier so, guck mal. Hände waschen, Zähne putzen, Hände waschen. So machen wir das. Dann hoffen wir, dass es ihr besser geht. Efi, Hunger. Weißt du was? Moody hat ein Stück Kuchen mit, Hammer. Hier, guck mal, wir stellen das jetzt hier hin. Kann man nicht? Oh. Geht nicht. Ich kann das nicht platzieren. Okay, aber wir können es bei Efi ins Inventar tun und Efi kann ein Gericht nehmen. So, und wie geht's dir? Ist es besser? Ja, guck mal. Er hat sich ordentlich gewaschen, das war okay. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, bis die Ausstellung hier zu Ende ist. Ich hoffe wenigstens, dass wir mal einen Platz bei den Pflanzen hier abräumen können. Was ist hier? Qualität normal. Und eine Schnitterblume. Qualität normal. Ja, ganz ehrlich, vielleicht kriegen wir dann doch einen Preis mit der Weintraube. Ich meine, weil sie ist ja perfekt. Es geht ja um die gesündeste Pflanze, oder? Ja, klar. Hä, ist so nichts. Äh. Ich muss nur gucken, wann die Aufnahme dann ungefähr, wann die Folge zu Ende sein wird. Ach guck, jetzt geht's. Verängstigt. Mehr freundlich, tiefgründige Gedanken um Ermutigung bitten. Ah. Äh. Ärsser, wir müssen Prüsten. Unglaubliche Geschichte erzählen. Jetzt will sie auch ein bisschen tanzen, das kriegen wir auch hin. Ah, wir wollen einen Drink. Okay. Getränk bestellen. Wir nehmen diesmal einen. Sims-Mapolitan. Sims-Mapolitan, okay. Efi ist glücklich. Hat Efi immer noch Hunger? So, wann ist das zu Ende? 21.30 Uhr. Okay, gleich. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Leute kennengelernt, oder? Vielleicht können wir dann mehr Leute einladen. Aber hier steht alle? Ich kenne die alle nicht? Müsste ich vorstellen. Vorstellen. Über Ängste reden, keine Ahnung. Ich versuche sie mal alle anzuquatschen. In der Hoffnung, dass sie dann hier auftauchen. Ja, Tatsache. Festival endet in einer Stunde. Tatsache. 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 Haben wir jetzt alle begrüßt? Äh, Freund... warte mal. Freundlich... Interessen über Gummitspeisen reden. Einfach so. und vorstellen. Ich versuche hier einfach mal ein paar Sims kennenzulernen, damit wir wen einladen können für unsere Partys. So. Geht richtig ab? Die ist richtig drin. Guck dir das an. Ja, hör mal, Maria, wenigstens einer hat Spaß, ne? Ja, du musst ja auch alle kennenlernen hier. Oh, die kennen wir auch noch nicht, warte. Freundlich vorstellen. Oh, noch einer. Ist voll. Vorstellen. Oh. Ist einfach weggegangen. Oh, was? Finschwick, was? Fruchtläckerchen. Du hast den Band für den zweiten Platz. Den zweiten mit einem perfekten Weintraum-Ding. Oh, Glückwunsch, deine Pflanze hat den zweiten Platz auf dem Markt in Finschwick gewonnen. Bitte sieh im Inventar deines Sims und Haushaltsinventar nach, um deine Pflanze zu finden. Ja, wow. Danke für nix. Vorstellen. Ah. Okay, warte. Auch noch mal vorstellen. Kennen wir schon. Okay. Was ist denn das für ein Typ? Wie heißt der? Manuel Schwarz. Okay. Sehr deutscher Name. Aha. 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 Dag, dag. So, ich glaube, wir können nach Hause. Was ist denn das für ein Typ? Manuel Schwarz. Okay. Noch eins. Hier noch ein Lass. Wer ist er denn? Oh, oh. Warte mal. Warte mal vorstellen. Ich glaube, es kamen jetzt noch ein paar Leute dazu. Die andere ist hochgegangen, ne? Ja. Vorstellen und ich will nur ein paar Leute kennenlernen, wirklich, und danach geht's nach Hause. Ja, okay. Oder auch nicht. Oder die noch? Vorstellen. Vorstellen. Aha. Aha. Ja gut, ich glaube, wir haben jetzt hier allen Hallo gesagt, jetzt können wir auch nach Hause gehen, oder? Oder? Ja, noch nicht. Wir sind fertig. Hör mal. Wir haben gar keinen Bock mehr. Guck mal. Ja? Ja, er ist vorbei. Hör mal. Die fällt gleich einfach nur ins Bett. Boah, ich bekomme langsam Ohrenschmerzen. Wunderbar. Ich glaube, der ganze Stress hat sich jetzt auf meine Gesundheit ausgewirkt, den ich die letzten Wochen hatte, indem mir alles kaputt gegangen ist und ersetzt werden musste. Aber ich hatte ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich bin tatsächlich mit meiner Schwester und meinem Vater nach Luxemburg gefahren. Wir haben ja alle das 49-Euro-Ticket und in Luxemburg selbst, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder nicht, da ist komplett, wenn es denn in der zweiten Klasse ist, ist der komplette Nahverkehr für Anwohner und Touristen gleichermaßen komplett kostenlos. Ihr könnt mit Bussen fahren, ihr könnt mit der Bahn fahren, ihr könnt alles machen. Also, und ja, und dann sind wir da hingefahren und haben uns voll die schönen Sachen angesehen. Level 3 der Kochfähigkeit erreicht. Maria hat die Rezepte für Buntbarsch aus der Pfanne, Kekse mit Schokostückchen und Pfannkuchen gelernt. Außerdem kann sie mit anderen Sims über Kochen reden. Okay, freut mich, endlich. Aha, hast du jetzt hier auch noch was zu essen gemacht, oder was? Hier ist ja jetzt schon so viel, warte mal, alle Portionen nehmen, das solltest du auch vielleicht machen, äh? Wo hat's, okay. Hamburger hat sie gemacht. Ausgezeichnete Hamburger, Maria, ich bin stolz auf dich. Die kommen schnell in den Kühlschrank, damit wir lange was davon haben hier. Aber warte mal hier, was ist das? Äh, verdorbenes Essen aussortieren. Okay, warte. Wie geht's eigentlich, Fati? Oh, geh doch mal auf Toilette, Junge, was ist los? Ach, Efi badet. Nein, nein, nein. Geh raus da. Dein Opa muss aufs Klo. Geh raus. Ich brauche echt ein zweites Klo. Ganz dringend, ganz dringend. Bitte macht ihr nicht in die Hose. Oh, Gott sei Dank, Vater. Ja, du bist traurig. Guck mal, er ist einsam. Komm, dann sprich mal ein bisschen mit deiner Enkelin. Um Rat bitten. Über Interesse reden. Über Spielstrategie sprechen. Und er möchte auch was zocken. Einen höheren Level der Videospielfähigkeit erreichen. Das kriegen wir bestimmt hin. Erstmal muss er ein bisschen quatschen. So, wir sind schlafen gegangen und danach kann sie auch direkt baden. Maria kann jetzt baden. Efi geht's gut. Okay. So, vielleicht. Fesseln, eine Geschichte erzählen. So wie das Opas eben machen. Nach Schule fragen. Ja, natürlich von Ideen erzählen. Macht der Opi auch gern. Was macht er jetzt? Reden die jetzt nicht mehr? Was ist das? Geschämt. Warum? Hei nicht berührt. Wegen Verletzung der Privatsphäre. Okay, ja gut. Weiß ich nicht. So, aber ich wäre mal dafür, dass wir selbst auch diese verbotene Frucht des Pflanzens im Essen Warte mal, hier ist sie. Was war das hier? Heimfabrikator. Oh, guck mal, hier sehen wir auch unsere Teile. Farbstoffe kaufen, okay. Krass. Muss man Farbstoffe kaufen? Anfertigen. Oh, oh. Moment. Ich habe es überlebt, aber... Oh Gott. Das ist immer so anstrengend. Mein ganzes Gesicht wird dabei rot, ey. Das ist ausstrengend. So, kurz wegschmeißen. Wir sind gleich... Ah, hier. Sie sind wieder am Start. Angefertigtes, umweltverträgliches, umweltverträgliches, umweltfreundliche Verbesserung. Angefertigter Teppich, dieser perfekt digital geknüpfte Teppich lässt keine Wünsche offen. Angefertigter Beistelltisch, Lampenskulpturen und die Fernbedienung, die du schon seit Monaten suchst, machen sich großartig auf diesem trendigen Beistelltisch. Angefertigtes Bücherregal, ein handgefertigtes Bücherregal, in dem du alle deine Bücher präsentieren kannst und eine Tischlampe. Diese kleine Lampe ist ein großes Plus für jeden Raum. Hol dir die perfekte Beleuchtung und schaffe ein perfektes Ambiente. Ja, ich würde mal irgendwie das Upgrade-Teil machen. Keine Ahnung. Wir gucken einfach, was passiert. So. Maria, was ist los? Mir geht es nicht gut. Warum? Ich liege sanitär lang. Ja, dann putze halt, Junge. Oh, wir hatten das gemalt. Auch Maria. Ausgezeichnet, ja dann. Verkaufen. Und dann kann Maria einmal hier säubern. Wir können dann am nächsten Tag wieder die Eier einsammeln. Wir haben ja jetzt nichts, ne? Keine Eier? Doch, haben wir. Scheiße. Sind die noch alle gut? Verdorben. Normal. Okay. Sind die alle verdorben? Nee, das ist okay. Warte. So, nur weg. Macaroni und Käse. Maria hat bestimmt auch noch was. Ja. Kommt jetzt hier hin. Oh, und sie hat Flirt-Trank. Glückstrank. Okay. Hat sie einfach. Gut. Ich weiß gar nicht, wer welche Aufgaben jetzt hatte. Das ist halt das Problem. Sie hat noch den Käsekuchen. Den packen wir auch mal weg. Okay. Okay. Und hier. Verwalten. Das, das, das. Alles rein. So. Ist das jetzt einfach drin? Ja, ne? Okay. Dann können die jetzt auch im Kühlschrank, würde ich mal sagen. Ich musste die einmal haben, wahrscheinlich. Birnen. Ja, die könnten wir auch pflanzen. Ich würde sagen, hier vorne einfach eine hier, eine dort. Machen wir mal pflanzen. Wir hatten noch was gekauft. Ne, Möhren. Jetzt müsste ich mal schauen, ob wir Möhren haben. Ich glaube echt nicht. Zwiebeln. Bären doch Möhren haben wir. Okay, das ist dann okay. Sojabohne. Die haben wir auf gar keinen Fall. Die pflanzen wir auch direkt ein. Ich weiß noch nicht, wo. Alles schwierig, ey. Ich sag's euch. Ich werde sie jetzt erstmal, glaube ich, dahin pflanzen. Weil, äh, ich muss ja noch mehrere davon ranzüchten. Okay. Aber glitzern tut hier nix, ne? Dass wir es weiterentwickeln könnten. Maria hat wieder Dünger gefunden. Das geben wir wieder mir. Vater ist im Rechner. Was macht er? Chatten. Okay. Er würde aber auch gerne ein bisschen seine Fähigkeiten verbessern. Dann machen wir mal Spielen. Sims Go spielen. Und dann machen wir mal Programmieren. Plug-in programmieren. Da sie läuft. Wir haben langsam ein bisschen Hunger. Haben wir jetzt die Pflanze nicht gegessen? Achso, wir haben nur geerntet. Okay. Danach gehen wir duschen und essen. Maria macht Haier. Geh doch vernünftig schlafen, hör mal. Achso, und diese Teile, wo sind die jetzt? In unserem Inventar? Hat die Herstellungsfähigkeit erworben. Sandra ausstattet in das Abenteuer der Herstellung. Wenn sie Objekte mit dem Fabrikator oder Kerzen mit Kerzenherstellungstisch anfertigt, erhöht sich ihre Herstellungsfähigkeit. Verbessere ihre Herstellungsfähigkeit, um weitere Objekte und Kerzenarten freizuschalten. Okay. Das ist gut zu wissen. Ich würde jetzt nur gerne wissen, wo das ist. Paradiesvogelblume. Fruchtleckerchen. Wand für den zweiten Platz. Ja, aber das ist ja alles nicht das, was... Ich glaube, das ist hier gar nicht. Oder ist das noch in Mache? Ach, das ist noch in Mache? Ja, lol. Warte mal. Ich habe das gar nicht gesehen. Guck mal hier. Ist ja richtig krass. Oha. Oha. Okay, jetzt ist es da. Uh, Kabel. Hier. Bauthal für fortschrittliche, umweltfreundliche Verbesserung. Level 5 der Videospielfähigkeit erreicht. Fatih kann jetzt fortgeschrittene Spielstrategien recherchieren. Außerdem kann er andere Sims mit seinem Videospiel können beeindrucken. Okay. Das ist schön. Dann hat Fatih ja das gemacht, was er wollte. Dann hör auf zu spielen. Kannst du ein bisschen programmieren. Danach gehst du waschen. Was ist das? Popmusik kriegen wir hin. Pop. Und zur Hit. So. Wir können jetzt essen. Guck mal, das sind die guten Macaroni mit Käse von Maria. Hat sie richtig gut gemacht, aber... Efi? Efi hat wieder was kaputt gemacht. Alles klar. Das kann der Vater nachher reparieren. Sie redet mit Einie. Vielleicht übst du mal ein bisschen Geige. Hör mal. Hast ja sonst nichts zu tun. Hä? Jetzt fliegt sie? Okay. Alles klar. Sie kann levitieren. Ist kein Problem. Wir wollten Trinkgeld verdienen. Okay. So, du kannst jetzt erstmal baden gehen. Und Pipi machst du dann auch. Und dann essen wir diese Pflanzen-Simm-Frucht und hoffen, dass wir ein bisschen auch abnehmen, so wie Maria. Und pass auf, jetzt nehme gar nichts ab oder so. Das Malware-Abwehr-Plugin macht das Surfen im Netz für alle sicherer. Fati erhält 30 Simoleons für seine Mühen. Super, Fati. Hast du gut gemacht. Oh, wir sind auch jetzt im Pflanzen-Simm. So, ein Pflanzen-Simm ist gesprossen. Sandra hat ihm verbotene Frucht gegessen. Okay, keine Panik. Alles tut gut. Verhalte dich ganz einfach ganz natürlich. So natürlich wie eine Pflanze. Trink viel Wasser, bleib in der Sonne, damit du wächst und fotosynthesierst, um deinen Hunger zu stillen. Pflanzen-Sims brauchen keine normale Nahrung, sich zu nehmen. Zum Glück bedeutet das auch, dass sie nicht auf die Toilette müssen. Okay. Level 4 der Geigenfähigkeit erreicht. Eva kann jetzt ein Konzert geben und Lieder aus dem Genre Rock spielen. Wunderbar. Guck mal, uns geht's gut. Ich finde, so als Pflanzen-Simm könnten wir jetzt mal irgendwo hingehen. Hier zum Beispiel. Ist es hier gut? Ich mach mal hier, ne? Hier hingehen. Und dann machen wir nochmal ein bisschen für Trinkgeld spielen. Hoffentlich. Ey, ist die Gitarre noch da? Ja, doch. Äh, jammen einfach. Na, jetzt gucken wir mal. Guck mal, wir kriegen automatisch, auch wenn wir nicht extra joggen gehen, bekommen wir das rein. Warum haben wir denn jetzt so krasse Ohrringe am Stüssel? Haben wir die schon immer? Kann sein, ey. Aber mit der Frise fällt das jetzt mehr auf. So, Maria, hast du die gemacht? Du kannst Lami putzen. Guck mal, Lami, wie der aussieht. Futter verstreuen und Futter auffüllen. Und du kannst auch Lami noch füttern. So. Und du kannst in den Baum gehen. Maria hat momentan nichts zu tun, weil ich sie nicht weiterschreiben lasse. Aber vielleicht könnte sie dann danach mal schreiben. Ich weiß es nicht. Krass, Bruder. Themenberichte wieder? Ja. Keine Sau. Weit und breit. Kann ich auch hier Wasser trinken? Herumschwimmen. Oh, wir machen mal herumschwimmen. Oha. Jetzt wäre einer gekommen, Junge. Warte. Äh, okay. Egal, wir machen es danach noch mal hier üben. Ja. Okay. Dann schwimmen wir wohl ein bisschen. Wie wir schwimmen, ey. Ist ja voll strange. Ja, komm, reicht. Wasser ist kalt. So, geh rein. Aber wir haben jetzt Wasser voll gekriegt. Also wir müssen es nicht trinken. Wir können auch einfach nur so. Ach so, und den können wir auch mal kennenlernen. Sie kommt jetzt raus. Ist wieder weggegangen. Ich will nochmal jammen. So, hey, ne, wer bist du denn? Äh, hättest du zufällig Bock für mich, äh, ja, äh, ein bisschen Trinkgeld springen zu lassen? Weil ich werde jetzt gleich Gitarre spielen. Ey, hör mal, eigentlich muss ich ganz dringend pissen, hör mal. Ehrlich, ja, ehrlich, ich muss so dringend, ich kann dir das gar nicht sagen. Sobald du anfängst zu spielen, ich schwöre, ich, das ist wie, als wenn ich auf einer Banane ausgerutscht wäre. Du siehst mich ja gar nicht mehr. Bin so schnell weg. Ah, okay, okay, ja gut. Ich spiel jetzt trotzdem. Hä? Oder ich setze mich mit meinem fetten Hintern erstmal hin, um wieder aufzustehen. Guck mal, diese Dehnungsstreifen, die sind einfach real, ne? Die sind einfach so wie in der Realität. Hallo, gib mir Geld. Geht der jetzt wirklich? Er geht jetzt wirklich. Ja, das hat sich aber auch grauen auf den anderen mal. Ja, das ist scheiße, mach ein neues Lied. Was ist denn jetzt für eine Kacke los? Ey, komm, genau so. Weißt du was? Warte, warte, warte. Wir machen das anders. Wir machen... Sie muss ja ein bisschen den Sport auch machen, ne? Dafür machen wir es ja, ne? Sie ist jetzt im Pflanzenzimmer, damit... Damit das für uns dann später ein bisschen schöner ist hier. Hierhin joggen. So, jetzt gucken wir mal. Tut das denn irgendwas für sie? Na, ich weiß ja nicht. Oha. Vater muss ran. Aber er hat ein Haier. Okay, und Efi? Efi muss pieseln. Nee, du kannst später Kreuzstich machen. Ich weiß auch nicht, für wen das war mit dem Kreativ-Dinger. Es kann doch sein, dass es für Efi war. Okay, das hört sich schon mal gut an. Okay, ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt, Efi. Lass einfach, äh... Die Seiten dran, bitte. So, wir könnten hier... Ja, wir können das ernten, aber ich will das gar nicht ernten grad. Äh... Dummige Worte sprechen. Ich mach einfach mal... mehr Auswahl zum Wachsen motivieren. Probleme von der Seele reden. Und... noch mal blumige Worte. Maria geht durch das Portal. Sie trifft auf einen Kristall. Ja, und sie hat dann irgendwie... Oh, scheinbar ist sie wieder zurückgekommen. So, mehr Auswahl zum Wachsen motivieren. Hoffentlich passt das auch. Mal gucken, was Maria mitgenommen hat. Oha. Rubine. Guck mal hier. Ist das... Rubin. Okay, das haben wir schon. Simanit. Ist das auch einer? Nein. Den haben wir noch nicht. Ach so, das ist ein kleiner. Loll. Vielleicht haben wir den doch. Warte. Ja. Okay. Und Diamant. Den haben wir noch nicht. Guck. Wir könnten auch diese ganzen Tränke hier hinstellen rein theoretisch. Guck. Wie cool. So, wir haben auch welche. Oh nein, falsch. Und das Schleifchen muss ja hier auch hin, ne? Wo machen wir es denn hin? Hier über die Tür? Geht das? Ne, geht nicht. Aber hier. Okay. So, was macht der Vater? Okay, spielen im Müll. Alles klar. Ich bin da mal lieber Teilhörmer. Und du willst von Ideen erzählen? Das können wir machen. Wer meistens nichts zu tun hat, ist Maria. Aber sie pennt gerade. Regst du dich auf? Was ist jetzt? Achso, mit uns. Okay. 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 Von Ideen erzählen. Okay, dann halt mit Evi scheinbar. So, gucken wir mal, ob es geht. Wir sind konzentriert. Wir machen die letzte Pflanze. Achso, Vater kann dann da hinten noch reparieren. Hat das nicht geklappt mit dem Einpflanzen? So, jetzt können wir ein bisschen einpflanzen gehen. So, Fati hat ein paar Teile wieder. So, Fati macht schon, was er möchte. Klavier spielen, ja gut, Vater. Dann ist erst mal auf und dann können wir Klavier spielen. Schmeckt's ihm? Fati würde jetzt sagen. Oh. Weißt du, ich esse alles, was essbar ist. Gibt nur wenige Sachen, die ich nicht essen kann. Ja, Fati, aber wie schmeckt's denn? Standard. Das ist mein Vater, ja. So, und üben. Maria würde gerne pieseln, früher oder später. Und Hip-Hop hören. Okay, wir tun das. Sender wechseln auf Hip-Hop. Gibt's Hip-Hop? Ja. Und zuhören. So, wir tun weiter. Verkaufen. Verkaufen. Nicht hier. Die Eier sammeln wollten wir auch. Wir könnten Lami scheren. Wir könnten auch erst mal ein Leckerchen geben. Was haben wir denn? Frucht-Leckerchen machen Blauwolle. Das machen wir mal danach. Ach so, ist voll. Gut. Was macht der Vater? Immer noch üben. Maria. Hört zu. Ist fertig? Okay, wir wissen's nicht. Okay. Hat Maria denn eigentlich schon das Buch fertig geschrieben? Schreiben? Genre Buch? Ja, okay. Wir machen dann die Poesie zu Ende. Warte mal. Wo hab ich das denn überhaupt? Ich bin ein bisschen hier verplant grad. Ja, das ist es. Lesen müsste man können. Okay. 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 lang und das ist das so geschrieben er geht gar nicht würden das geschrieben nach acht kommt neun aber dann ist das ja denn so oder ich bin voll überfragt leute ne das ist das ist ja wir machen das so was soll ich noch mal doppelt geschrieben ich weiß es nicht leute okay kein plan müsst ihr mir dann irgendwie in den kommentaren schreiben ins falsch war ich sehe sich das wieder gleich ein bisschen weiter vor ich muss nur mal gucken wo ich bin habe ich nicht so ja 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 ich kann nicht schreiben ja 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 und dann machen wir das bis hier hin also das davor was wir hatten war Ja, mit jedem Moment wird die Ebene trüber, die Pflanzen sie wägten, die Leute sind müder. Die Gemeinde litt sehr bald an Hungersnot und drohte mit grimmiger Fratze der Tod. So klar uns auch scheint, dass mit Ehrlichkeit, wollte ich schreiben, aber ja, keine Ahnung, das ist dann der Punkt, wo es dann weitergeht das nächste Mal. Ich brauche mal den Stipp. So klar uns auch scheint, dass, so, hier, das ist dann 20? Wird das einfach 2x geschrieben, ja, ne? Ich glaube schon. Soweit habe ich eigentlich noch nie mit römischen Zahlen gezählt. Sorry, Leute. Oder bestimmt noch irgendwann in der Schule, aber das ist, Ado Dobini schießt mich tot gewesen. Gar keine Ahnung mehr. Das ist schlechte Laune. Hier, Leckerchen. Freundschaftsleckerchen kriegen sie alles. Und du kriegst auch ein Freundschaftsleckerchen. Oh, Lami ist blau. Und auch Lami scheren. So, du auch kriegst ein Freundschaftsleckerchen. Du auch. Und das Küken auch. So, gut. Das ist erst mal gemacht. Sie schreibt. Sie spielt. Mal hier üben. Maria hat danach Hunger. Kann sie dann noch... Das Hip-Hop hören hat nicht gepasst. Dann machen wir es anders. Dann machen wir Musik. Spielen. Hip-Hop. Dann macht sie das so. Blaue Wolle, weiße Wolle. Okay. Jetzt machen wir aus. Manchmal funktionieren Sachen nicht. Keiner weiß warum. So. Wie ich aber sehe, sind wir jetzt fertig. Mit der Folge. Das heißt, Ich würde jetzt erst mal die Aufnahme beenden für heute. Ich bin zu fertig, um irgendwie noch weiter aufzunehmen. Ich habe den halben Tag geschlafen, aber ich bin immer noch müde. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr Ideen habt, was ich noch so alles anstellen kann, dann lasst es mich wissen. Ich versuche, zwischendurch neue Sachen auszuprobieren. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bye, bye.